Ich habe Far Cry 6 gesehen, Leute. Coole Nachrichten auf jeden Fall. Es gibt ein neues Update von Ubisoft. Wir gucken uns das jetzt gemeinsam an. Kurz einfach nur in diesem informativen Teaser. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnath. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Open-World-Spiele, aber auch Shooter wie Far Cry 6. Ich hatte die Ehre, Far Cry 6 schon bereits zu sehen zu können. Was genau, das erzähle ich an der Stelle nicht. Aber wir gucken uns mal hier an, was Ubisoft auf Twitter gepostet hat. Und zwar folgendes. Einmal hier ein wunderschönes Bild von unserem Anton, der hier sagt, das ist unser Versprechen, dass er für Ordnung sorgen will. Und jetzt gleich kommt das Spannende. Das ist jetzt gerade eigentlich nur ein inhaltlicher Teaser. A.k.a. Teaser. Denn das weltweite Gameplay-Reveal findet am 28. Mai statt. Und zwar um 6.30 Uhr CEST. Bedeutet für uns, wir schalten ein am Freitag zusammen im Livestream auf Twitch. Wir gucken uns das gemeinsam an, dieses Reveal. Ich würde sagen, wir fangen wirklich um 6.30 Uhr an, vielleicht schon um 18 Uhr nachmittags am Freitag mit dem Stream. Schaltet euch das Ganze in den Kalender. 28.05. Fragnaht auf Twitch, 18 Uhr, Far Cry 6 Livestream. Wir gucken uns das gemeinsam an. Außerdem habe ich eben Content vorbereitet, vorbereiten können. Vielen Dank an Ubisoft für das Vorschussvertrauen. Und das wird es auch geben. Meine Meinung oder irgendwas Inhaltliches gibt es an der Stelle noch nicht. Das hier ist nur ein kleiner Teaser. Aber ich freue mich unglaublich auf Freitag, das gemeinsam mit euch zu erleben. Ich glaube, wir warten jetzt alle schon. Über ein Jahr angekündigt wurde es das letzte Mal vor einem Jahr. Und seitdem hat man nichts gehört. Es war angekündigt für Februar Release 2021. Es kam nicht raus. Wurde verschoben. Ein neues Release-Datum ist nicht bekannt zum jetzigen Zeitpunkt. Ich bin sehr gespannt, ob sie das bekannt geben werden. Das weiß ich an der Stelle leider nicht. Ja, aber ich durfte es schon sehen und habe Content vorbereitet. Auf den können wir uns auch freuen. Das Ganze ist natürlich dann von mir aufbereitet worden in Form eines Videos. Und zusätzlich machen wir den Livestream am Freitag. Das heißt, geballte Far Cry Power am Freitag. Ich freue mich riesig. Vielleicht sehen wir uns auf twitch.tv. Das wäre wirklich liegen. Warte. Der. Ja, ich lade euch ein. Holt euch vorher einen Döner. Den schnabuliert ihr dann gemeinsam mit mir. Ja, wir pfeifen uns ein paar Kaffee, ein paar Tee rein. Sprechen vorher vielleicht noch über unsere Erwartungen, über unsere Erfahrungen mit Far Cry 5. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir uns vielleicht vorher zu einer Runde Far Cry 5 sogar noch treffen. Ein Stündchen Far Cry 5 Arcade. Vielleicht als Community-Event oder so. Mal gucken, mal planen. Und das wäre eine nice Sache, wenn wir uns da sehen. Also ich freue mich riesig. Leider gibt es hier nicht viel Brot und Butter, nicht viel inhaltlichen Content. Ich durfte es schon sehen. Das darf ich an der Stelle erzählen. Und es wird Content geben am Freitag. Ja, cool. Einfach cool. Ich freue mich riesig. Ich bin großer Far Cry Fan. Seit Far Cry 3 habe ich sie alle geliebt und gesuchtet. Far Cry 2 und 1. Da war ich noch zu jung eigentlich, um die zu zocken. Und ja, großartig. Far Cry 5, ey. Ich habe richtig Bock, das mal wieder zu zocken. Aber wenn es jetzt bald schon was zu Far Cry 6 gibt, dann lieber das. Ich bin gespannt. Freut ihr euch auf Freitag. Teilt es mir gerne mit. So, das war es auch schon mit diesem kleinen informativen Teaser. Bis später. Euer Peter. Und natürlich hier gerne die Glocke. Damit ihr nichts verpasst. So wie... Keine Ahnung. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.